Musik Musik Wir stehen jetzt direkt vor dem Schloss Schletthau gehen ins Rheinsmuseum und hier gibt es noch eine schöne Begebenheit über den Regisseur Günther Meier dem wir ja die wunderschönen Folgen und Serien zu verdanken haben Spuk unter dem Riesenrad, Spuk im Hochhaus, Spuk von draußen und er hat ja mit Spuk von draußen unserer Region Thuben, Gehlenau, Greifenstein und Denkmal gesetzt und jetzt gibt es seit drei Monaten einen neuen Film Günther Meier mit dem Kurzkrimi und den haben wir gerade gekauft Haben wir gerade gekauft Vielen Dank Hier nochmal zur Erklärung von vom Regisseur Günther Meier Also ihm verdanken wir den Spuk die Spuk Trilogie Spuk unter dem Riesenrad, Spuk im Hochhaus und Spuk von draußen mit unserer Heimatgeschichte hier Gelenau, Thum und Greifenbach Theater, Greifensteine und jetzt von Schloss Schletthau diesen Kurzkrimi mit der Geschichte Mord auf Schloss Schletthau und das ist die Empfehlung von uns für einen Regisseur der viel für uns getan hat und von Schauspielern die für die Region viel realisiert haben Viele Grüße vom Sachsenkanal und das ist die Aufmerksamkeit